Hallo ihr Lieben, wieder ist ein Monat vergangen und ihr erfahrt heute die Botschaften und die Wiesen eures Engels zu eurem Sternzeichen. Widder bis Jungfrau, so beginnen wir für den Monat Juli. Engel Marchiel für den Widder. Sei zuversichtlich und glaube an Gott. Zuversicht heißt, ich schaue gelassen zu, wie Gott mich führt. So erkenne ich beim Zuschauen, dass Gott die Menschen nicht alleine lässt. Er schickt mir meinen Schutzengel, der mich schützt. So bin ich gut aufgehoben. Deine Devise ist, vergiss nie, dein Schutzengel ist immer bei dir. Engel Asmodiel für den Stier. Dein Engel sagt dir, du bist ein Mensch, der in sich ruht. Lasse dich nicht von der Angst fesseln. Wenn du an dich glaubst, wirst du auch alles schaffen. Nur wenn du denkst, es geht schief, ziehst du den Misserfolg an. Packe das Leben mit Begeisterung an. Dann wirst du dich auch durchsetzen. Mache dich nicht klein, bevor du etwas begonnen hast. Deine Devise ist, du schaffst alles, wenn du es willst und wenn du an dich glaubst. Engel Ambriel für die Zwillinge. Dein Engel schickt dir die Botschaft. Du redest viel und weißt schon Neues, wenn andere noch reden. Dabei kannst du nicht zuhören, was man dir mitteilen will. Denke daran, Gespräche sind keine Redewettbewerbe. Und es ist überhaupt nicht wichtig, wie oft du zu Wort kommst. Nur wenn du zuhörst, kannst du viel erfahren. Auch von dir selbst, von deinen Gefühlen und Ängsten. Deine Devise ist, nur wenn du zuhörst, vernimmst du dein Herz. Engel Muriel für den Krebs. Träume in den Tag und Löcher in die Luft. Nimm dir doch dazu einfach mal Zeit. Dabei kannst du nur gewinnen und versäumst absolut nichts. Du kannst nur dann etwas gewinnen, wenn du nicht daran denkst, was du in diesem Augenblick gerade verlierst oder verpasst. Denke daran, nur du kannst über deine Zeit verfügen. Die Zeit gehört dir. Deine Devise ist, es ist deine Zeit, über die du verfügen kannst, auch wenn du sie vertrüdelst. Sie gehört dir. Engel Ferchiel für den Löwen. Du bist dir sicher, dass sich ein bestimmter Mensch noch ändert. Doch das ist ein Irrtum. Du kannst keinen Menschen verändern. Du kannst nur dich verändern. Liebe die Menschen, wie sie sind. Einen Partner, der sich wegen dir verbiegt oder sich für dich ändert, den wirst du niemals respektieren. Wer wahrlich liebt, liebt auch dessen Fehler. Deine Devise ist, liebe die Menschen so, so wie sie sind. Du glaubst, dass dich deine Zweifel ausbremsen und du denkst, sie nehmen dir deine Lebensfreude, ja, all deine Freude. Nein, denn deine Zweifel gehören zu dir. Vergiss nicht, wie viele dich vor so manchen Fehler bewahrt und vor falschen Entscheidungen gehindert haben. Deine Zweifel sind der Motor deiner Entwicklung und brachten dich dahin, wo du heute bist. Deine Devise ist, beginne endlich, deine Zweifel zu akzeptieren. Dieses, meine Lieben, waren die Botschaften eurer Engel passend zu eurem entsprechenden Sternzeichen. Morgen geht es weiter mit den Botschaften für die Waage bis zu den Fischen. Zum Abschluss gebe ich euch noch einen Leitfaden mit auf den Weg. So mancher Tag wird dir düster vorkommen, weil dir am Morgen etwas misslungen ist. Gib deinem neuen Tag die Chance, dass er dein besserer Tag wird. Und ihr wisst, wenn ihr Hilfe braucht, bin ich für euch da. Herzlichst, eure DERIA DERIA DERIA